Oh hallo, wir machen weiter bei Story About My Uncle. Ich nehm immer noch auf. Es ist immer noch die gleiche Aufnahme-Session. Ich hör glaub ich nicht mehr auf. Ich weiß es nicht. Das letzte Mal haben wir uns weiter hier durch die Höhle gehangen und haben unseren Anzug repariert. Und haben das letzte von den Geschichtsdingern gefunden. Ähm... Darüber? Anscheinend. Wofür sind die Dinger da am Rand? Die brauch ich doch gar nicht. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Naja, solche für brauch ich die halt nicht. Sind die für ein Secret? Aber da ist doch auch nichts. Oder wenn man Bock hat, hier außen rum zu hangeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wofür sie da sind. Ich brauch sie jedenfalls nicht. Zumindest noch nicht. Vielleicht ergibt sich noch was. Okay, jetzt gibt's auf jeden Fall wieder zwei Wege. Welches sieht wie Secret aus und welches nicht. Wir haben das hier. Und wir haben das hier. Ja, toll. Aber das hier sieht aus, wie wenn's da weiter ginge. Das andere eher nicht so. Nöheh. Ja, wohin jetzt? Da, von da aus? Okay. Ähm. Aber bin ich jetzt nicht irgendwo gelandet, wo ich sowieso auch gelandet wäre? Moment. Halt, stopp. Hier drüben waren wir vorhin. Genau. Jetzt sind wir einmal so rumgegangen. Da war definitiv nichts. Aber, aber, aber... Dann sind das einfach zwei Wege, die dasselbe Ziel haben? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Da ist doch aber was. Ich seh das doch. Ah! Ah! Nummer zwei. Sehr schön. Gut. Haben wir das auch? Okay. 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 Okay, jetzt wird's interessant. Erstmal wieder zurück. So. So. Nicht alles auf einmal. Please. Oh Gott. Nur ein einziger, der da rüber führt, ja? Jep, nur der eine einzige. Okay. Okay. Ja, das scheint aber zu reichen. Jep, das reicht. Zack. Den auch ausgelöst. Da ist nix. Ne, da ist nix. Da ist auch nix. Okay. 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 Wo geht's weiter? Äh. Hier kommen wir her. Ähm. Runter? Jetzt. Ich spring einfach mal. Dann schieß ich einfach mal und dann... Tatsache. Dann hangle ich mich mir mal, mich mir hier mal... Vorsichtig weiter. Und dann hoffe ich, dass das jetzt reicht, um... mit genug Schwung... nach oben zu kommen. Nein. Das reicht nicht. Kacke. Oh boy. Okay. Dann sollte ich hier einfach eben nicht... die Rakete einsetzen vorher. Die brauche ich dann am Ende natürlich noch. Hier zum Beispiel. Oh. Ich kann da drauf gar nicht stehen. Doch jetzt. Ach Gott sei Dank. Das wollte ich übrigens nicht. Aber es macht nix, denn ich soll hier hin... am Ende. vor Ort. Danke. Danke. Äh. Ups. Das sieht übrigens auch interessant aus, diese Formatur. Ist so ein Wal. Ist das Absicht? Sieht halt echt aus wie ein Wal. Hier ist so die Flosse. Oder ein Hai oder sowas. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch irgendwas. Damit passiert doch irgendwas. Das ist doch kein... Oder es ist ein Luftschiff oder so. Ein Luftschiff kann es auch... Aber nee, ein Luftschiff... Alter, das... Damit passiert doch noch irgendwas. Das sieht doch schon so komisch aus. Guckt euch das mal an. Das ist ein deutigen Wal. Was macht der hier? Okay, ich glaube jetzt sind wir... All around me. Aber es war ein Licht... At the end of the... Die Sounds hatten auch gerade keinen Bock mehr. Jetzt sind wir glaube ich am Ende des Levels. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest sind wir wieder mit dem Entdecker-Ding. Da oben steht jemand. Das muss Fred sein. Da ist noch so eins. Wir haben noch eins gefunden. Was haben wir? Drei von fünf. 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 Aber ich habe hier schon so lange. Aber ich habe hier schon sehr viel gearbeitet. Die Frog-People. Das war ein Experimenter von mir. Do you remember die EGGS I found before? Ich habe sie hier vorhanden. Und ich habe hier zu folgen. Aber bei der Zeit ich hier bin, sie waren bereits growing. Diese Caves waren schon empty. Aber mein Experimenter hat sie voll von Leben. Ich habe studiert auf sie und alles über sie. Und ich habe eine neue Crystal-Powered Packung. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich über Maddy. Wie wir all den Weg nach Starhaven zusammengekommen. Und ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Wenn er sie dort zu sehen. Madeline. Meine kleine Maddy. Ich sollte sie zu sehen. Ich habe sie lange zu sehen. Sie war immer so sehr interessiert. Die Strays. Ich habe mich überrascht. 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 mit ihm und Maddy. Ich habe mich überrascht. 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 Aber ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Die Stahl ist dein, Junge. Wenn du bereit bist. Quatsch. Ich habe mich überrascht. Ich bin ja nicht bereit. Ich will noch das Ding da oben mitnehmen. Das kann ich doch wohl noch. Kann ich nicht. Oder haben wir doch etwas? Ich habe nichts überrascht. Ich будете überrascht. Nein, danke. Das ist ja nicht so viel. Kann ich das hier wirklich nicht? Ist das hier jetzt keins so von denen das ist? Naja gut, das fährt so irgendwie zu einfach. Zurück geht auch nicht. Ne, er nimmt es aber halt auch einfach nicht an. Okay. Ja dann. Ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Und wir sehen gar nicht psycho aus. Ja, ich denke auf meine Plattform. Okay, wir gehen auf die Plattform. Ja, ich denke auf jeden Fall. Ja, ich denke auf jeden Fall. Ja, das waren Credits. Das ging schneller als ich dachte. Der letzte Teil wurde nicht übersetzt. Aber gut. Dear Fred, Ich ahne, worauf das hinausläuft. Ich bin nicht übersetzt. Ich bin nicht übersetzt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er das jetzt sich selbst erfunden hat und es mittlerweile selbst glaubt, dass es passiert ist, ob es wirklich passiert ist. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber vielleicht ist es tatsächlich doch selbst passiert. Es hätte ja auch sein können, dass der Fred einfach so ein bisschen verrückter war und sein Neffe jetzt halt sich wünscht, dass das, was Fred erreichen wollte, auch erreicht wurde. Aber... Uncle Fred, thanks to you, I have found an even greater adventure. Thank you. Love, your nephew. Das kann man sich jetzt wohl denken, wie man möchte. Schön. Schönes Spiel. Was passiert jetzt, wenn ich fortsetze? Wahrscheinlich in der Eishöhle dann. The End. Now, good night, sweetie. Wait, Dad! Does that mean, Fred is still there? Who knows? That was the last time I saw him. Don't you miss him? I do. Sometimes. But I don't worry about him. Because I know that wherever he is, he's on his biggest adventure yet. Ja, das kannten wir schon. Ja, da... Ja, gut, das wollte ich jetzt eigentlich nur nochmal. Das ist dann praktisch der letzte Kontrollpunkt. Okay, man kann dann nur noch dieses Ende nochmal spielen. Ähm... Ja, ich möchte jetzt natürlich hier Level-Auswahl. Es gibt also Werkstatt, Heiligtum, Dorf, Abgründe, Sternoase und Eishöhle und Epilog. Okay. Also... Abgründe ist dann... Ach, natürlich. Abgründe ist die dunkle Höhle mit Monster am Ende. So, wir haben in Heiligtum dann noch nicht alles gefunden. Und im Dorf auch nicht. Hier hatten wir, glaube ich, 5 von 5. Hier hat uns, glaube ich, 1 gefehlt. Ach, verdammt. Das zu suchen wird halt richtig spaßig. Wir gehen jetzt mal schnell in Heiligtum. Was? Weiß ich nicht. Ich will eigentlich nur... Ach, Extras hat man noch gar nicht. Zeitstreck ein. Wer dringt gegen die Zeit in allen Leveln des Spiels? Stimmt, das gibt es ja auch noch. Ach, Mist. Ähm. Aber ich überschreibe doch jetzt nicht, wenn nicht. Das wäre natürlich doof. Das macht mir gerade ein wenig Sorge. Also, das kann nicht sein, dass man jetzt hier... Starte von einem Level, das du zuvor schon beendet hast. Als ob man dann wieder am Anfang wäre, klingt das. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, du überschreibt halt einfach nur dann den Startpunkt. Ich kann aber jederzeit... Das wäre ja Quatsch. So. Das wäre ja echt Quatsch. Okay, und ich würde jetzt natürlich gerne... Oh, hier steht auch schon was übrigens, interessanterweise. Ich würde jetzt natürlich gerne die anderen Dinger eben noch finden. Das heißt, wir laufen da jetzt einfach noch mal schnell durch. Ja, das... ...kenn ich schon. Und hier habe ich jetzt auch die zwei von fünf, okay. Das heißt, die ich habe, sind noch da. Ich denke mal nicht, dass hier am Anfang schon welche waren. Das wollte ich übrigens nicht. Ups. Ne, hier kann auch nichts gewesen sein. Und jetzt sehen wir das auch noch mal in voller Pracht im Übrigen, denn es war ja am Anfang noch ein bisschen dunkel. Das sei auch noch mal kurz angemerkt. Da drüben ist halt auch nichts. Das wäre schon komisch. Äh. Hier müsste ich eigentlich den Gürbel schon haben, oder bin ich jetzt doof? Ne, muss ich ihn doch nicht. Aha. Achso, ja, aber das... ...ist ja das, was wir schon hatten, ne? ...wieso ist... ...wet? Das muss ich doch mitgenommen haben damals. Bin ich doof? Das kann ich jetzt nicht als ein weiteres zählen. Das wäre natürlich doof. Dann würde ich jetzt ja bis sieben von fünf Kinder zählen. Wenn das jetzt immer wieder als ein neues zählt, dann wäre das ein bisschen ungünstig. Ist das ein Bug? Entschuldigung, ich muss hier mal gerade... Ja, es hat allerdings noch nicht gespeichert, ne? Ich müsste es kurz... ...danach auch hier speichern lassen. So praktisch jetzt müsste es gespeichert sein. Dann gehen wir nochmal zum Hauptmenü. Dann starten wir einfach jetzt nochmal das Heiligtum. Das interessiert mich jetzt. Jetzt habe ich drei von fünf. Das kann ja nicht sein. Das wäre irgendwie doof. Nein, aber nicht in der Wasser. Nein, oh, um Gottes Willen. Ich kann nur mit diesem Ding auflaufen. Beide zu bemerken. Ich will doch nur schnell darüber gucken. Ich will doch nur schnell darüber gucken. Grrrr. Das war sehr schlau. Ja. Ja. Gut gemacht, Conan. Spring halt einfach normal. Danke. Ich bin sicher, dass jemand hier vorhin ein ziemlich doofer Bank war. Jemand hat diese Brücke und diese Symbolen gesammelt. Aber wer? Wo waren sie jetzt? Habe ich das einfach nicht mitgenommen? Ich muss in den Part gucken gleich. Gleich mal. Bin ich so blöd, dass ich das nicht mitgenommen habe? So, da hinten waren wir. Da war das eine Secret. Das haben wir mitgenommen. Das brauche ich nicht nochmal reingehen. Das gibt es doch nicht. Ich muss das doch damals mitgenommen haben, sag mal. Ganz so blöd bin ich doch auch noch nicht, oder? Sollte man meinen, ne? Ja, sollte man meinen. Naja. Vielleicht ja doch. Gut. Gut gesprungen. Ach, komm schon. Komm schneller. Wie? Da unten geht auch die andere Kugel ein bisschen rum. Da kommt sie gleich wieder. Wie? Wusch. Hier bekam man das Ding, ne? Genau. Ich frag mich gerade was. Jetzt habe ich ja einen Buch. Ja, ich habe jetzt halt, genau. Ich habe den einen halt. Oh, scheiße. Oh, ich hasse diese Ecken. In denen man sich festbacken kann. Äh. Die Frage ist halt... Das gibt es doch nicht. Das habe ich doch sonst nicht so oft geschafft. Ne, hier ist auch nichts. Die Frage ist halt, wo... ...sind die anderen Dinger. ...die wir damals nicht gefunden haben. Ist das mal wieder gewöhnungsbedürftig, dass ich jetzt nur noch eins habe? Ich höre aber auch nichts piepen. Das Grappling-Device left eine Art Symbol, wo ich grappelte. Ich notierte, dass die älteren Symbolen bereits da in der Kugel sind. Echt jetzt? Und ich bekam mehr und mehr sicher, dass dieses Platz, wo Fred ging. Das wäre ich ja nicht draufgekommen. Ich überlege gerade schon, wo das eine war, was ich zufällig nur gefunden hatte. War das hier irgendwo? Nein. Das war irgendwo anders. Nein, hier war das wirklich nicht. Das eine, was ich zufällig gefunden hatte, war, ich will nur gucken, ob ich das jetzt auch doppelt einsammeln kann. Das wäre halt doof. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Hier tut das auch nichts. Da wird wohl nichts sein. Aber hatte ich zu der Zeit nicht schon das Zweite? Ich bin mir gerade unsicher. Wann das war. Da will ich auf jeden Fall mal rüber gleich. Da habe ich doch was gesehen. Ach, das ja. Das ist nämlich das, wo das... War das nicht das, wo das Erste war für uns? Für uns das eher... Bin ich denn blöd? Ich muss doch das andere eingesammelt haben. Sag mal, so blöd kann ich doch nicht sein. Scheiße. So, drei von fünf. Das muss bei drei von fünf bleiben. Das haben wir hundertprozentig eingesammelt. Drei von fünf. Haben wir dann das Erste wirklich nicht eingesammelt? Das gibt es doch nicht. Was ist falsch bei mir? Wie kann ich dann das Erste nicht eingesammelt haben? Das Allererste da. Was ist... Was ist los? Conan. Bist du krank? Lell. Ja gut, meinetwegen. Doch, das reicht. Schauen wir mal, ob wir die anderen auf die Schnelle finden. Gut gemacht. Richtig gut gemacht. Bin stolz auf dich, Conan. So. So. Hm. Hm. Da drüben war das andere, ich erinnere mich. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das jetzt höre, nachdem die Sounds höher gestellt sind. Also ob ich es dann auch gehört hätte. Ah, mach doch nicht sowas. Ja. Ja, man hätte es gehört. So, das muss jetzt aber auch nicht hochgegangen sein. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt alle drei wieder gefunden, die wir schon hatten. Wenn wir jetzt noch eins finden, ist es neu. Also eigentlich hätten wir das andere haben müssen, ich verstehe nicht, warum wir das nicht... Also das... Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein echtes Rätsel. Weil das ist halt schon so offensichtlich gewesen, das Erste. Wenn ich das nicht haben konnte... Ich weiß es nicht. Also sollte ich hier genügen, ein bisschen drauf zu hören, wo was sein könnte. Hier höre ich nix. Ja, jetzt fing der Spaß mit den lustigen Steinen hier an. Aber jetzt sieht man hier halt auch was, das war alles dunkel damals. Stockfinster war das. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja. Ja. getroffen okay oh das war blöd dafür wirkt jetzt hier der Nebel noch viel krasser mit dem Gamma Zeug wow verlass mich nicht mal aus nicht so wie beim ersten Mal der Nebel wirkt jetzt echt richtig krass fast ein bisschen zu übertrieben hell ich höre hier auch nichts tun und nichts ne keine Ahnung da ist der zweite es ist fast hier echt zu hell mit dem Gamma Ding interessanterweise ne hier ist auch nix wo soll denn da noch eins sein ich meine wir sind gekommen da noch viel aber trotzdem das war schlecht der Schwung reicht nie im Leben aus doch gut am Anfang war es noch einfach am Anfang war es noch einfach da hat das Spiel einem noch richtig verziehen wenn man Kacke gebaut hat später ja nicht mehr so das haben wir auch zu spüren bekommen huch äh höre ich da was tuten so ganz leise ich höre doch da was tuten das haben wir nicht gefunden wow 4 von 5 wow weil ich den Ton nicht anhatte aber auch dass ich da nicht gesucht habe ich hab doch sonst alles gründlich abgesucht jede dumme Ecke hab ich abgesucht wow unfassbar ich glaube wenn ich heute Nacht schlafe dann höre ich die ganze Zeit dieses Geräusch ... ... ... ... ... ... Ja, tschüß. War nett mit dir. Übrigens klappt es gerade echt gut mit der Maus. Ich weiß gar nicht, was das damals war. Also, heute Morgen. Hier waren dann die Froscheier. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr hinrennen. Das haben wir alles gesehen. Nee, darum ist nix. Das Problem ist halt, wenn man jetzt wieder was verpasst, man muss wirklich das Level komplett neu spielen. Das finde ich noch nicht ganz so cool. Schöner, wenn man sich irgendwie an eine bestimmte Stelle vom Level setzen könnte. Aber gut. Weil man halt nicht weiß, ob man an der Stelle, wo man jetzt war, ob man da jetzt schon alles hat oder eben nicht. Das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Weil hier drüben war doch dann schon gleich das Levelende, oder? Jep. Schlecht. Fehlt nämlich wieder eins. Fuck. Ist das hier noch irgendwo? Da komm' ich her. Scheiße. Scheiße. Dann fehlt wieder eins. Sobald jetzt hier hinten die Dings anfängt. Sobald hier hinten der, 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 der das Gelaber anfängt, ist durch. Oh, ich. Shit. Na, hier ist nix mehr. Kakke. Tja, keine Ahnung, wo das noch sein soll. Ja. mal einen Anlass suchen. Tja, hier war auch noch jemand anders. Ah, Mist. Naja, na gut. Aber das heißt, wir müssen immer, wir müssen immer alles neu spielen, um die Sammlobjekte zu bekommen. Also natürlich nur das Level neu, aber das ist halt trotzdem schon, kann schon einiges sein. Gerade die Eishülle, wo noch eins fehlt. Gut, aber sobald man das hat, kann man ja rausgehen. Naja. Gut, dann reicht es überhaupt für den Part. Danke fürs Zuschauen. Wir müssen jetzt mal gucken. Das soll ich vielleicht noch dazu sagen. Vielleicht warte ich jetzt erstmal. Jetzt warte ich vielleicht wirklich erstmal ab. Weil jetzt ist ja die Sache, wir sind storytechnisch durch. Die Frage ist, wollt ihr noch die restlichen Verstecke sehen? Wollt ihr noch die restlichen Extras, äh, den restlichen freistellbaren Dinger hier sehen? Mirawas Modus und Akrobatik Modus? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Und, ähm, wollt ihr dann noch sehen, wie wir versuchen, uns an Time Ones zu machen? Ich weiß es nicht. Müsst ihr entscheiden. Sag ich jetzt erstmal. Vielleicht nehm ich es auch noch auf, aber ich glaube, ich warte erstmal ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.